Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Joomla 3.7 Tutorial Reihe. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe eine E-Mail gekriegt von Dirk, vor ca. 2-3 Monaten. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Dirk hat nämlich ein kleines Problem. Er veröffentlicht Rennergebnisse auf seiner Homepage. Er hat sich heute vorgestellt, er macht eine Excel-Tabelle, speichert das Excel in ein File, schmeißt es auf den Server und dann soll Joomla diese Tabelle veröffentlichen. Das ist leider so in dieser Form nicht möglich, weil Excel nicht fürs Internet gebastelt ist. Es besteht die Möglichkeit, dass man die Excel-Tabelle als HTML abspeichert. Allerdings ist das ein bisschen zu kompliziert, um das dann halt wieder einzubinden. Das ist mehr Arbeit, als was das Ganze bringt und es gibt einen wesentlich einfacheren Weg, das zu realisieren und den möchte ich euch heute zeigen. Nämlich, man kann ja eine Tabelle auf Google Docs erstellen, online und diese Tabelle dann auf seiner Seite veröffentlichen. Dazu gibt es halt dann einen Google Docs Viewer, den habe ich hier schon geöffnet. So schaut es aus. Die Links, die ihr heute hier seht, die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Also hier sind wir beim Google Docs Viewer, der ermöglicht es halt zum Beispiel, unter Anführungsstrichen Word-Dokumente, also Docs, Spreadsheets, Präsentationen von Google auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen. Schauen wir mal ein Stückchen runter. Wir haben hier die Version angegeben mit der Versionsnummer 1.4.2. Darunter finden wir den Download, einen Button zum Support und eine Dokumentation. Da klicke ich gleich einmal drauf. Ich habe nämlich schon ein bisschen herumgelesen und bin auf etwas draufgekommen. Wir haben hier noch einmal die Features aufgelistet, was das Ding alles kann. Darunter haben wir ein paar Syntax-Beispiele, was wir dann in unsere Beiträge reinkopieren müssen, beziehungsweise dann mit der richtigen URL. Und ja, wir können eine Umrandung machen, eine Border. Wir können die Farbe der Border bestimmen, den Stil der Border, wie breit die sein soll und so weiter. Und wie ich so herumgeguckt habe, bin ich draufgekommen, es gibt ja schon eine neuere Version, nämlich die Version 1.4.4. Und die habe ich mir dann tatsächlich hier heruntergeladen. Einfach da draufklicken. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Habe ich schon in einen Ordner auf meinem Desktop gespeichert und das Teil werden wir jetzt installieren und eine Tabelle auf unserer Seite veröffentlichen. Dazu wechseln wir ins Kontrollzentrum unserer Joomla-Installation, gehen auf Erweiterungen, Verwalten, klicken hier eine Datei auswählen. Das ist auch schon die richtige. Embedded Google Docs Viewer 1.4.4. Doppelklick. In ein paar Sekunden ist das installiert. So, jetzt schreibt uns hin, die Plugin-Installation wurde abgeschlossen. Das Plugin ist zwar installiert, aber nicht aktiviert. Das müssen wir jetzt selber machen. Wir gehen auf Erweiterungen, Plugins und weil es ja hier bei jedem schon etliche Plugins gibt, tragen wir oben im Suchfeld einfach ein Google und da haben wir es schon. Content Embedded Google Docs Viewer. Erste Möglichkeit, das zu aktivieren, ist hier mit einem Klick auf das rote Kreuz oder man öffnet es und das machen wir jetzt da, weil wir schauen uns nämlich die quasi globalen Einstellungen für das Ding an. Dann hat man hier den Status und als allererstes dann mal das aktivieren. Wie gesagt, wir sind jetzt hier, könnt ihr euch das so vorstellen wie die globalen Einstellungen. Die Einstellungen, die ihr hier trefft, gelten für alle Dokumente, die ihr auf eurer Webseite erstellt. Falls ihr das nicht anders beim Erstellen dieser Ansicht konfiguriert. Jetzt zeige ich euch das dann, wie das funktioniert. Based URL, das lasse ich einmal frei, weil das ist Schwachsinn für meinen Fall jetzt hier. Add Link. Add Link bedeutet, soll ein Link angezeigt werden zu Google Docs, wo man sich halt dann über den kompletten Bildschirm die Tabelle angucken kann. Ja oder nein? Ich sage jetzt einmal hier ja. Das Link Level soll Fullscreen sein. Also dass das eben über den kompletten Bildschirm geht. Der Google Docs Mode, der steht momentan auf Standard, also auf Default. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den Edit Mode und einmal den Vorschau Mode. Wir nehmen jetzt da Preview, weil wir wollen nicht, dass irgendjemand was auf der Tabelle ändert. Allerdings wird dieser Schreibschutz sowieso bei Google noch einmal definiert. Aber sicherheitshalber nehmen wir hier Preview. Die Höhe und die Breite kann hier definiert werden. Wenn man das schon weiß, kann man das schon eintragen, dass ich zum Beispiel weiß, die Breite muss 1080 sein. Also ich habe das schon einmal getestet, jetzt auf der Installation. Und ich weiß, ich brauche die Tabelle 1080 breit. 400 hoch, das lasse ich jetzt einmal so. Ich möchte keine Umrandung haben. Aber hier könnte man das definieren. Ich möchte zum Beispiel eine 2 Pixel breite Umrandung haben. Ich möchte, dass der Order Style entweder eine durchgezogene Linie ist, eine punktierte, eine strichlierte oder eine Doppellinie und so weiter. Da könnt ihr euch halt durchprobieren, was euch halt am besten gefällt. Dann muss man hier noch definieren, oder sollte man definieren, welche Farbe die Umrandung haben soll. Da ist allerdings zu bemängeln, oder leider, dass man hier keine Farbpalette angezeigt bekommt, wie man das halt mittlerweile schon gewohnt ist, sondern man muss halt hier einen Farbcode hinterlegen. Soll HTTPS verwendet werden? Ja oder nein? Kann jeder selber entscheiden. Wenn ihr natürlich eure Seite auf HTTPS verlaufen lasst, dann ist es hier natürlich anzuraten, Ja anzuklicken. Gut. Diese Einstellungen speichere ich einmal, bevor ich weiterblätter zum nächsten Reiter, oder besser gesagt, wir machen zuerst den dritten Reiter, bevor wir uns den zweiten anschauen. Nämlich Google Docs View. Viewer Options. Da können wir die Sprache definieren. Da ich meine Tutorials auf Deutsch mache, stelle ich das jetzt hier ebenfalls auf Deutsch. Wähle hier German aus. Und das war's. Der Reiter, den wir jetzt übersprungen haben, ist quasi so eine kleine Beschreibung. Das sind nämlich hier die Syntax, die wir verwenden können, um heute eine Tabelle in einen Beitrag einzufügen. Da steht zum Beispiel drin, Google-Docs in geschweiften Klammern. Dann kommt die URL, zu dem Dokument, zu der Tabellenkalkulation, zu dem Word-Dokument, wenn ich das jetzt so einmal sagen darf, oder PowerPoint-Präsentation, wie auch immer. Dann können wir zum Beispiel hier für diese einzelne Tabelle eine andere Breite definieren, eine andere Höhe, eine andere Border, also Umrandung, oder Border-Style, und so weiter. Und das werden wir jetzt einmal machen. Und zwar, wir werden verwenden, ja, wir nehmen dieses Syntax hier, Copy. So, ich sage jetzt einmal hier, speichern und schließen. Öffne diesen Beitrag, den ich mir schon vorbereitet habe, nämlich Google-Docs. Da kopiere ich einmal ganz einfach diese Syntax hier rein. Damit ist der erste Schritt schon erledigt. Was brauchen wir jetzt, um unsere Tabellenkalkulation zu veröffentlichen? Natürlich den Link zu der Tabellenkalkulation. Auch schon vorbereitet, in meinem Google Drive habe ich hier Joomla-Test-Tabelle. Die öffnen wir mal. Das dauert auch ein paar Augenblicke, bis die komplett geladen ist. Und wir können jetzt nicht einfach hergehen und hier oben den Link aus der Adresszeile kopieren. Weil das ist ja der Link, den ich habe, um sie zu bearbeiten. Wir brauchen einen Link zum Freigeben. Und dann muss man dann, wenn man die erstellt hat, hier auf Freigeben klicken. Da finden wir dann den Link hier. Und darüber haben wir ein Pull-Down-Menü, wo wir halt bestimmen können, was der Besitzer dieses Links machen darf. Wir machen das mal auf. Da haben wir drei Möglichkeiten einmal hier zur Auswahl. Jeder mit dem Link darf die Datei bearbeiten. Das wollen wir nicht, weil ich bin der Einzige, der die Datei bearbeitet. Jeder mit dem Link darf die Datei kommentieren. Davon bin ich auch kein Freund, weil es finden Sie immer ein paar Idioten, die dann 50.000 Kommentare hinterlassen. Und wenn jemand mir etwas mitteilen möchte, kann er das Kontaktformular auf meiner Webseite benutzen. Also bleibt für mich der dritte Punkt. Jeder mit dem Link darf die Datei ansehen. Nur ansehen. Und das war es nicht. Wir arbeiten, nicht kommentieren. Ich möchte, dass die nur ansehen dürfen. Gut. Dann müssen wir uns diesen Link kopieren. Rechte Maustaste kopieren. Oder mit STRG-C. Dann können wir das wieder schließen. Wir wechseln zurück zu unserem Beitrag, den wir gerade bestellen. Und da drinnen gibt es jetzt der Dokument-Url. Wenn wir jetzt da hier sagen, rechte Maustaste, naja, das funktioniert hier nicht, aber wenn wir mit der Maustaste, mit der Tastatur jetzt sagen, STRG-V für einfügen, passiert eigentlich nichts, bis auf das, dass dieses Dokument-Url in einen Link verwandelt wird. Und das können wir nicht brauchen. Also reinklicken, Link entfernen, dann Dokument-Url noch einmal markieren, herauslöschen und den Link quasi noch einmal einfügen. Dann wird er nämlich in Textform eingefügt. Und unsere Syntax schaut jetzt momentan so aus. Ich lösche mal hier Breite und Höhe raus, weil die haben wir ja quasi in die globalen Einstellungen jetzt definiert. Link, Yes, das lasse ich drin. Link-Label brauche ich eigentlich auch nicht jetzt da. Und speichere das Ganze mal ab. Dann rufe ich mir natürlich das Frontend auf und ich habe diesen Beitrag mit Galerie verbunden. Einmal öffnen. Und so schaut das jetzt momentan aus. Wir haben jetzt hier die Tabelle. Wir haben hier die Möglichkeiten halt zu bearbeiten. Warum? Weil ich natürlich angemeldet bin. Ihr seht das, dass ich die ich darf die Tab bearbeiten. Wenn ich das jetzt natürlich in einem anderen Browser öffne, wir kopieren uns einmal das Ganze und öffnen das Ganze mal im Google Chrome, dann schaut das natürlich schon wieder ganz anders aus. Man hat zwar hier noch ein paar Sachen, die man anklicken kann. Eben Datei herunterladen als oder bearbeiten, suchen und ersetzen. Das wird nicht funktionieren, weil ersetzen durch ist, nämlich ebenfalls deaktiviert. Ansicht kann man verändern. Vollbild, kompakte Steuerelemente und so weiter. Also man kann hier nichts verändern, wenn man nicht der Eigentümer dieser Datei ist. Aber trotzdem, so wie das jetzt hier angezeigt wird, gefällt mir das nicht. Ich möchte zum Beispiel hier oben das jetzt dann nicht haben, dass hier die Menüleiste ist. Also wechseln wir zu unserer Test-Tabelle. So, wenn ich jetzt hier bei der Tabelle auf Ansicht gehe und Vollbild, dann wird die Menüleiste ausgeblendet und wenn ich mir jetzt so zum Beispiel mein Frontend neu aufrufe und die Tabelle neu laden lasse, dann ist diese Menüleiste hier ebenfalls nicht sichtbar. Und jetzt könnt ihr es hier lesen, jeder kann sich mit einem Druck auf Escape quasi wieder einblenden. Das kann halt jeder Besucher selbst entscheiden. Allerdings Achtung, auch wenn ich das bei der Tabelle jetzt so konfiguriert habe, dass Vollbild dargestellt wird, dass es hier in Vollbild dargestellt wird, hängt immer vom Browser ab. Firefox unterstützt das, dass zum Beispiel hier jetzt das Menü ausgeblendet wird. Andere Browser unterstützen das nicht, dann hat man das Menü immer drin. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte diese Gitternetzlinien nicht angezeigt bekommen, aus was für einem Grund auch immer, weil ich mir die zum Beispiel selbst erstellen möchte, dann sage ich zum Beispiel Ansicht Gitternetzlinien ausblenden. So, jetzt sind die alle weg. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte meine eigenen Rahmenlinien ziehen, nämlich erst von hier bis hier herunten, sagen wir, möchte ich Rahmenlinien gezogen haben. Und hier oben möchte ich keine haben. So, jetzt da gehen wir wieder Ansicht auf Vollbild, wieder zurück zur Galerie und ihr seht, das ist live, hat sich das jetzt verändert. Die Gitternetzlinien sind weg und hier unten sind die Rahmenlinien da. Wie ihr seht, diese Tabelle ist jetzt da ziemlich kurz geraten. Also, brauchen wir die Syntax, die habe ich ja hier noch, um halt die Höhe zu verändern. Wir haben ja eine Breite definiert von 1080, allerdings, das passt, allerdings unsere Höhe passt nicht. Nämlich hier High 200, das kopiere ich mir mal raus und kopiere das hier hinten rein, 200 und ich sage einmal, die Höhe soll nicht 200 sein, sondern, sagen wir 500. Speichere das Ganze ab, gehe wieder hier hin, muss das natürlich jetzt neu refreshen, das ist immer noch sehr wenig, dann setzen wir das auf 700, speichern das wieder ab, gehen wieder auf Galerie, um das neu zu laden. So, und jetzt habe ich tatsächlich eine wesentlich höhere Tabelle oder Ansicht des Dokuments als zuvor. Jetzt ist auch fast alles sichtbar, man kann, wenn man scrollt, aber das ist halt, das kommt halt darauf an, wie man halt die Tabelle erstellt, ich habe halt hier einen Balken eingefügt, dass halt die Fahrer, die Teams und die Saisonpunkte halt hier immer sichtbar sind und ich hier halt scrollen kann, damit ich halt sehe, wie viele Punkte hat Günther am 30. September quasi erwirtschaftet, eingefahren, wie man halt das auch immer nennen möchte, dann kann man hier scrollen und der Name und das Team und die Saisonpunkte bleiben immer sichtbar. So, wie gesagt, mit den globalen Einstellungen, das ist das eine, so eines wollte ich noch zeigen, wir haben ja jetzt da gesagt, quasi in den globalen Einstellungen, dass der Link immer angezeigt werden soll. Und das ist quasi hier doppelt gemoppelt, hier steht auch noch mal dringend Link Yes und wenn ich hier das Yes auf No auswechsle und speichere, was ist da überhaupt gemeint, nämlich hier dieser Link View in Fullscreen, den wollen wir eigentlich jetzt da weg haben. Drücken wir mal auf Galerie und schauen, ob der weg ist. Perfekt. Jetzt ist der weg, jetzt hat man nicht mehr die Möglichkeit, im Fullscreen quasi sich das anzugucken. Ich setze das noch mal zurück auf Yes, nicht Enter, sondern Speichern. Refreshe das noch einmal und damit ihr seht, was passiert, wenn man auf den Link draufklickt, dann kommt man nämlich direkt zu dieser Google Tabelle auf Google. Ich schiebe das einmal ein Stückchen runter. Ihr seht jetzt da hier den Link. Ein bisschen breiter. Docs, Google.com, Spreadsheet und so weiter. Da bin ich jetzt da, dass ich mir das wirklich im Fullscreen quasi die Tabelle angucken kann und kann natürlich genauso wie auf meiner eigenen Homepage hier durch die Reiter durchklicken. Das ist genau das gleiche wie halt auch hier herunten. Da kann ich ebenfalls durchklicken. Ihr seht, das dauert immer einen Augenblick, bis das halt aktualisiert ist. Wann irgendwo irgendwelche Fragen sind zu dieser Erweiterung oder Probleme sind, dann postet es mir das unten in die Kommentare. Ich werde so rasch als möglich darauf antworten. Ich hoffe, Dirk, damit konnte ich deine Frage beantworten und ich hoffe, ich habe da einen einfachen Weg gezeigt, wie du deine Tabellenkalkulation auf deiner Seite veröffentlichen kannst. Es wird noch ein weiteres Video geben, nämlich zum Thema Google Drive, wie man nämlich das Google Drive benutzt, wie man eine Tabellenkalkulation zum Beispiel erstellt und anlegt, wie man die speichert, auf was man achten muss. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Erweiterung. So, und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bzw. weitergeholfen. Und wenn dem so sei, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja, wie es funktioniert, nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen für Erfolg beim Erstellen eurer Homepage und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao!